Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin Monsieur Christian und ich habe eine kleine Überraschung für dich. Bevor ich zu dieser Überraschung komme, kurz ein paar wichtige Worte. Du siehst hier ja schon dieses Deck, das hat dann eben mit dieser Überraschung zu tun, aber ich möchte dir danken. Nachdem du dir dieses Video ansiehst, bist du wahrscheinlich jemand, der sich meine Legungen gerne anhört, der sie sich regelmäßig anhört und mich auch unterstützt in Form von Kommentaren, Likes, einfach durch Feedback. Dafür bin ich dir wirklich dankbar. Es bedeutet mir etwas, wenn ich was verändern kann, wenn ich Menschen helfen kann, egal wie. Vielleicht helfen dir meine Legungen persönlich weiter, vielleicht hörst du einfach gern meine Stimme oder beides. Wie auch immer, ich mache es auf jeden Fall gerne. Mir ist natürlich auch immer wichtig, ein Feedback zu haben. Deswegen gibt es ja die Kommentare, um einfach zu sagen, was man denkt, was man empfindet. Und es muss nicht immer ein positiver Kommentar sein. Es kann auch eine Kritik, wenn sie höflich formuliert ist, sein. Damit habe ich kein Problem. Und ich lege einfach gern Karten. Ich mache es schon lange. Ich habe Erfahrung. Du weißt vielleicht, ich habe eine Gabe und benutze die Karten sozusagen als Werkzeug in Kombination mit meiner Gabe. Deswegen sehe ich auch in manchen Karten manchmal einfach etwas anderes als andere Leute. Karten sind einfach etwas sehr, sehr Individuelles, gerade wenn man in ihnen liest, wenn man auch eine Gabe hat. Deswegen ist das nichts, was wirklich eine vorbestimmte Bedeutung hat. Es gibt natürlich Tendenzen. Es gibt natürlich die Lehrbuchbedeutung, sage ich mal. Aber sehr, sehr oft sieht man in den Karten einfach etwas ganz anderes. Und das ist einfach wichtig zu verstehen. Egal, ob du jetzt selbst Karten legst. Egal, ob du Kartenlegern zuhörst. Ich sehe sehr viele Menschen, die das nicht verstehen. Sie verstehen einfach nicht, dass nicht alles schwarz oder weiß ist. Sie würden es gerne erklären wie irgendetwas, was man in der Schule lernt. Das und das heißt das. Und das ist jetzt immer so. So ist es aber nicht. So viel mal dazu. Jetzt aber zu der Überraschung. Und zwar ist es so, dass wir gerade, du hast es sicherlich bemerkt, sehr, sehr wilde Zeiten haben, sage ich einmal. Die Welt ist unruhiger geworden. Die Welt war immer schon irgendwie ein bisschen unruhig. Aber vor ein paar Jahren war einiges noch anders. Es gibt mehr Konflikte. Es gibt wirtschaftliche Unsicherheiten. Denn persönlich hat man jetzt vielleicht nicht so viel gemerkt. Aber wenn man genauer hinsieht, hat man einfach die gestiegenen Kosten und verschiedene andere Dinge, die sich in den letzten Jahren massivst verändert haben. Deswegen habe ich mir jetzt gedacht, ich mache einen neuen Kanal, also sozusagen einen Zweitkanal und lege da einfach einmal auf das Weltgeschehen. Das heißt, das sind keine persönlichen Legungen in Bezug auf die Liebe oder was bei einem persönlich passieren wird, sondern es ist wirklich eine Legung von mir, wo ich mir anschaue, was auf dieser Welt, in der Gesellschaft passieren wird, was die Tendenzen sind. Und ich weiß jetzt auch noch nicht, wie oft ich dort Legungen machen werde. Das wird jetzt nicht sein, wo man sagt, das ist wie bei den Legungen auf diesem Kanal, dass ich da jeden Tag eine persönliche Legung rauflade, sondern das wird eher im Wochen- bzw. im Monatsrhythmus kommen. Zu dem Zeitpunkt, wo du dieses Video siehst, gibt es schon meine erste Legung dort, die ist sehr, sehr interessant. Ich werde dir den Kanal unter dem Video verlinken, damit du ihn dann auch gleich findest. Dort lege ich mit diesem Kartendeck. Das ist das Visconti-Sforza-Tarot, falls du es noch nicht gewusst hast. Das ist das erste Tarot-Kartendeck, was je gemacht wurde. Also das war vor allen anderen Tarot-Karten da. Es stammt aus Italien, war ursprünglich ein Geschenk für die Familie Visconti. Die waren damals eine sehr, sehr mächtige Familie und ursprünglich waren es auch gar keine Karten, mit denen man in die Zukunft gesehen hat. Ursprünglich war es ein Kartenspiel und erst im Laufe der Zeit wurden diese Tarot-Karten dann benutzt, um in die Zukunft zu sehen. Diese Karten sind eigentlich etwas sehr, sehr Besonderes und deswegen habe ich mir gedacht, das ist einfach das passende Deck. Ich nehme ein anderes Deck. Ich möchte nicht überall dasselbe Tarot-Karten-Deck nehmen, aber es sollen natürlich Tarot-Karten sein, weil Tarot-Karten sind einfach das, was ich schon immer benutzt habe. Sie sind mein Werkzeug. Der Kanal heißt Monsieur Christians Zukunft, also so wie dieser Kanal, nur ein bisschen anders. Es bin genauso ich und mich würde es freuen, falls es dich interessiert, dass du einfach mal rüber schaust, dass du einfach mal dir die Legung anhörst, wenn du möchtest. Und dann kannst du mir natürlich auch ein Feedback in die Kommentare schreiben, ob dir dieses Format, diese Legung gefällt und ob du gerne mehr davon hören möchtest. Du kannst natürlich auch Vorschläge hinschreiben, welche Themen dich interessieren würden, einfach jetzt allgemein auf diese Welt bezogen, was für einen Verlauf das Weltgeschehen nehmen wird. Das war jetzt eigentlich auch schon das Video. Schau einfach mal vorbei. Wie gesagt, Link zum YouTube-Kanal ist in der Beschreibung. Ich wünsche dir alles Gute. Bis zum nächsten Mal.